Wenn wir Menschen uns anstrengen, dann atmen wir tiefer und unsere Herzen schlagen schneller, um den Körper mit mehr Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Sauerstoff und Nährstoffe werden im Blut transportiert. Alle Blutgefäße und das Herz zusammen bilden den Blutkreislauf. Sauerstoffarmes Blut wird von der rechten Seite des Herzens in die Lunge gepumpt, wo das Blutkohlendioxid freisetzt und Sauerstoff aufnimmt. Dann fließt es zurück zum Herz, zur linken Seite. Diesen Teil des Kreislaufsystems, vom Herz zur Lunge und zurück, bezeichnen wir als Lungenkreislauf. Das mit Sauerstoff gesättigte Blut wird dann von der linken Seite des Herzens in den ganzen Körper hinaus gepumpt, wo das Blut dann den Sauerstoff in den Zellen freisetzt und Kohlendioxid aufnimmt. Das Blut gelangt dann wieder zurück zum Herzen, diesmal zur rechten Seite. Diesen Teil des Kreislaufsystems, vom Herz zum Körper und wieder zurück, nennen wir systemischen Kreislauf. Wenn sich jemand körperlich anstrengt, dann muss sich der Blutfluss erhöhen, um das sauerstoffreiche Blut schneller in die Muskeln zu pumpen. Gleichzeitig müssen die Muskelzellen ihre Abfallprodukte loswerden, die vom Körper freigesetzt werden müssen. Wie etwa Kohlendioxid, das mit dem Blut in die Lunge zurückfließt, bevor es dann ausgeatmet wird. Die Blutgefäße, die vom Herz wegführen, werden Arterien genannt. Diejenigen, die zum Herz zurückführen, heißen Venen. Die Blutgefäße, die ins Herz oder von ihm wegführen, sind die größten im ganzen Körper. Je weiter sie sich vom Herzen entfernen, umso mehr teilen sie sich und werden kleiner. Die kleinsten Blutgefäße, die Kapillare.